Moin Leute! Heute gibt es mal wieder einen schönen fetten, fetten Teil von Doppelt Headbesser. Und wie ihr schon sehen könnt, gibt es heute die Finalbox Blau von Röder Feuerwerk. Richtig geile Teile. Blau ist sowieso einer meiner Lieblingsfarben. Und wer die Finalbox Blau nicht kennt, es ist natürlich eine Finalbox, wie der Name schon sagt. Die haut diesen ganzen neuen Schuss hier auf Schlag raus. Und das Doppeltgeschossen ist natürlich doppelt krass, sage ich mal. Wir haben hier jeweils ein Kaliber von 30 mm, bei beiden natürlich. Wir haben 189 Gramm pro Stück. Ich stehe nochmal eben kurz so hin. Und wir haben eine Steighöhe von 25 bis 30 Metern. Und die Brenndauer wird hier mit grandiosen 3 Sekunden angegeben. Das ist natürlich eine ziemlich schnelle Action auf jeden Fall. Habe ich hier noch vor E gekauft. Die kostete ungefähr 35 Euro für 3 Stück. Ist ein teurer Spaß. Aber ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei Doppel-Tape-Besser mit der Finalbox Blau. So, Doppel-Tape-Besser, Finalbox Blau. Und hier auch nochmal. Und wir hoffen, dass es synchron geht. Und los geht's. Drei, warte. Zwei, eins, go. Oh, ne. Oh, ich dachte schon, ey. Oh, was für ein geiles Teil. Oh, danke fürs Zusehen. Alter, ich dachte, es wären schon beide gleichzeitig gewesen. Das war nur die erste und dann kam noch die zweite, ne? Was für ein geiles Teil. Kaufempfehlung. Musik G 15 Daniel Musik G 15 G 15 Vibge Untertitelung des ZDF, 2020